Hallo ihr draussen und vielen lieben Dank für das Einschalten. Heute gibt es mal wieder ein leckeres Low Carb Gericht und zwar sogar was Süßes. Das letzte Low Carb Gericht gab es ja glaube ich die Pancakes, ist schon eine Weile her und ja, für die Muffins müsstest du ca. 20 Minuten Backzeit einplanen, Arbeitszeit ca. 10 Minuten. Ist also doch relativ rasch zubereitet und was genau reinkommt, das zeige ich euch jetzt. In eine große Schüssel gebe ich die vier Eier zusammen mit dem Quark und anschließend wird alles gut miteinander vermischt. Ein normaler Schneebesen reicht dazu vollkommen aus. Jetzt gebe ich etwas Backpulver, dann die Eiweißmasse, die gehackten Mandeln und zur Süße noch etwas Stevia dazu, anschließend die Schokolinsen. Da darf es ruhig ein bisschen mehr sein und alles gut miteinander vermischen. Den Backofen könnt ihr dann auch schon mal auf 160 Grad vorheizen und anschließend müssen nur noch vorsichtig alle Muffinförmchen gefüllt werden. Dann noch für ca. 20 Minuten ausbacken und fertig sind die Muffins. Anschließend die Muffins noch etwas abkühlen lassen und dann kann direkt probiert werden. Die Muffins schmecken wirklich verdammt lecker. Es gibt ja im Internet doch recht viele Low-Carb-Rezepte, die irgendwie doch nicht so schmecken, auch wenn sie vom Bildschüler euch super lecker aussehen. Wenn die fertig gebacken sind und leicht kühl sind, so wie der jetzt zum Beispiel, schmeckt das Ganze so ein bisschen wie, ihr kennt ja vielleicht diese Schokobröhrchen vom Bäcker. So ähnlich könnt ihr euch das vorstellen. Ein einziger Nachteil bei dem Rezept ist, ihr benutzt halt Eiweißpulver und Mandeln. Und das Eiweißpulver ist im Vergleich, wenn man jetzt das Mehl betrachtet, doch schon relativ teuer. Mich würde es freuen, wenn ihr das Rezept nachmachen würdet, postet auch die Bilder dazu auf Instagram und Facebook, das wäre natürlich super. Und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten die Zutaten sind wie immer unten in der Infobox nochmal aufgelistet. Euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit.